Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ihr Kind ist sicher mal mit einem Goldfisch nach Hause gekommen und Sie haben ihm das Klo runtergespült. Das kommt dabei raus. Sie schicken mich zurück ins Jahr 69. Diesen Mai. Haben Sie die in der Zukunft auch? Das will ich meinen. Die Men in Black sind endlich zurück. Du kommst vom Planeten. Igitt. Ziemlich fettes Telefon. Nicht so dicht am Kopf halten. Men in Black 3. Im Kino, in 3D. Im Kino, in 3D.